Hallo und herzlich willkommen zum Audio-Rezept für Ziegenfrischkäse-Terrine auf Salat. Ziegenfrischkäse-Terrine auf Salat ist ein ideales, leichtes Frühlings- und Sommergericht. Für vier Personen werden folgende Zutaten benötigt. Salat Halbe Portion Ziegenfrischkäse-Terrine mit getrockneten Tomaten Handvoll gewaschener Ackersalat Handvoll gewaschener Portulak Gewaschener Treviso Bunt in Scheiben geschnittene Frühlingszwiebeln 8-16 gewaschene Kirschtomaten Einige Basilikum-Blätter Marinade 5-10 klein gewürfelte getrocknete, unbehandelte Tomaten nicht in Öl eingelegt Fein gewiegte Schalotte 1 Esslöffel Himbeer-Essig oder ein Fertigprodukt aus dem Handel 3 Esslöffel Weißweinessig oder Rotweinessig 3 Esslöffel kaltgepresstes, natives Olivenöl 3 L-kaltgepresstes Rapsöl, Walnussöl oder Sonnenblumenöl 6 Esslöffel Gemüsebrühe oder Instant-Gemüsebrühe, frisch gemahlener, weißer oder schwarzer Pfeffer Meersalz oder grobes Salz aus der Mühle Garnitur Balsamico-Konzentrat Folgende Utensilien werden benötigt Schüsseln Zubereitung Das Pfeffer nach Anleitung am Vorabend herstellen und in die Kühlung geben Alle Zutaten der Marinade gut verrühren, abschmecken und 20 Minuten rasten lassen Die geputzten Salate auf die Teller verteilen, mit einer dicken Scheibe Pfeffer belegen, mit Basilikum und halbierten Kirschtomaten garnieren Die Marinade über die Teller verteilen, mit Frühlingszwiebeln bestreuen und mit dem Konzentrat ausgarnieren Als Beilagen eignen sich Bargett, Ciabatta oder Pide Diese Varianten gibt es Natürlich können auch andere Salate verwendet werden Statt Ziegenfrischkäse-Terrine mit getrockneten Tomaten ein Ziegenkäse-Terrine verwenden Viel Spaß bei der Zubereitung und guten Appetit! Ziegenfrischkäse-Terrine mit dem Konzentrat ausgarnieren ourg皆さん